Aber Allah hat ein Kennzeichen gesagt, welcher Volk hat das Recht zu behaupten, dass sie das beste Volk sind. Allah hat gesagt, weil sie einsetzen für die Wohlen der Menschheit, das heißt die Dienste zur Menschheit. Dort erkennen und das zweite Ziel meiner Ankunft ist, dass meine Gemeinde wieder die Menschheit sind. Wir müssen die und Chodam und Amriya ist wirklich ein Wort, das bedeutet, dass sie die Diener, die Leute, die Chodam, das heißt... Und dann! Ja, leischkeim! Ja, leischkeim! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020